Ladies and Gentlemen, ganz kurz ähm, mein Hürde ist grad teilweise immer ganz kurz mein TS dran, weil ich mich bemühtet habe und zwar bin ich grad hier mit Crazy und einem Kumpel von ihm und wir werden jetzt eine Runde Bettwurst hocken aber sie wissen auch nicht, dass ich jetzt aufnehme also viel Spaß bei der Aufnahme So, bin wieder da Die Runde war so witzig irgendwie wir so voller verkacken ich steh die ganze Zeit im Skis so, ich frag dich so äh, Christian, willst du nicht mal in gehen oder so? Wir sind fast alle über low Ja, dann lass wir jetzt mal schnell in der Lobby suchen Ich hab grad richtig Bock! Wir sind alle, wir müssen 3 am Map, Steampunk Oder? Oder? Mir egal welchen Map, hauptsache irgendwas schnell, hopp hopp hopp, ich will uns Ich will töten man, schneller! Okay Nur zur Info, der ist immer so Hey Ich hab gestern schon 2 dort mit ihm gespielt Ich kenn ihn voll gut Ich will auf jeden Fall wieder Steampunk Links oben, links oben Bitte lass uns nicht rausgekickt werden Wir sind alle drin, Team Rot Team Rot, die EPP Team Rot, ganz genau merken Und bitte, bau sofort das Bett zu Hey, grad eben haben wir es auch geschafft obwohl unser Bett vernichtet wurde Aber trotzdem Wir wurden als erstes zerstört und haben trotzdem die ganze Runde gewonnen Einfach nur wegen einem Boden und wegen Christian seinen Mini-Skills und er sich einmal ausgerüstet hat und nicht ohne Ausrüstung reinrennt Sonst machst du nur einschwert und rennst in alle Leute rein Aber jetzt mal im Ernst Leute Das Bett, da stehen 3 Leute Wir stehen alle 3 in der Base Der kommt einfach durchgerannt, wir geben Fick auf den Was soll die Scheiße Ich hab's ja jetzt Ich hab's ja jetzt sammelt Ich hab's ja Sachen Klar, nun du machst das Bett zu Er läuft genau neben dir und baut das Bett ab Tschüss, wo gehst du denn Dosh? Keine Ahnung, ein bisschen mehr Verkunden Hä, nimmst du das jetzt auf oder was? Nö Oh, bahn Fisch zum Filken geschafft So, dann wollen wir jetzt Jetzt geht's um Stampenwand, nevermind Und zwar Und jetzt nehm ich auf M? Ja Brauchst du mich in die Mitte und ich Pass auf die Base auf Äh, ne Machen wir beide, okay? Ich mach schonmal was zur Rüstung Einfach Blöcke Einfach Blöcke Einfach Blöcke 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 Gip, 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 gip Jetzt beruhig dich doch erstmal Und jetzt halt die Fresse Nimm die Scheiß Blöcke Hopp, 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 hopp Ich hab sie, Leute Los, 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 los Ich weiß ja nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber ich bin jetzt in der Aufnahme, ne? Oder wie gesagt, wir Gut Ich hab nen Schlagstock Wow, der ist safe Die sind schon welchen der Mitte Boah, Christian wird aggressiv Ja, aber dann können wir Können wir erstmal schonmal ein paar runter schmeißen Achtung Bäh Connected oder mitten Hey Leute, wir müssen jetzt nochmal den ganzen Skill raushängen, den wir haben Boah, hab ich mich grad erschrocken Ich dachte, das wär so wieder unser Bett Ja Ich hab Mitte Ich hab die Mitte Ich mach mir einen Buspanzer und sperrt und dann komm ich zu dir Lol What the fuck, die wurden schon vernichtet Ich geb dir mein Buspanzer durch Ja, Bett ist zu Ja, Bett ist zu Zu uns geht eine Achtung, Achtung, Achtung Der kann das Bett nicht abbauen Ja, der ist unter Hat sogar noch einen Kill bekommen Ich hab sogar noch einen Kill bekommen Ich bin tot Alter Christians Sitz Hä? Hier, Buspanzer hinter dir Okay Hier sind's Steiner Ich hab noch eine Lederkappe Kripsi, Christian Hier AQ Ich mach das mal Ich hab ja hier noch Elf Steak Free! Free! Come on! Let's complete free Gleil Wie viel Gold hast du? Ich hab zwei Christian hat hier die Spitzhacke Finde ich auch noch Da kommt einer Ich hab übrigens keine Waffe Der ist weg Ich geh mal ganz schnell eine Waffe machen Siehste, kaum nehmen wir auf, beweisen wir schon Skill oder so Oh fuck Ja, so viel zu dem Thema Hilfe! Wir brauchen noch ein Goldschwert Wer folgt ja nicht? Na toll Wir haben Bögen Christian, zurück in die Base mit dir sofort Ja, ich bin da Zum Thema Skill Ja, ich hätte mir lieber nicht die Fresse aufreißen sollen Ja Was? Warum ist unser Base schon down? Die Wand! Wir haben dreimal gesagt, dass die mit Bögen da sind, Christian Ups Ich hab fast den Geld zerstört Ja, das ist toll Ja, komm jetzt lass mal die Runde zu Ende schauen Ne, ist doch langweilig Es sind schon zwei Teams draußen Nach nicht mal fünf Minuten, Alter Ich will nicht schon wieder eine Aufnahme machen, wo ich einfach nur so nubig bin Ja, ich glaub das war zu sehen Die Runde ist so schnell zu Ende Die haben uns einfach so schnell ge... Wir müssten unbedingt mal am Anfang besser auf unsere Base aufpassen Wir verlieren jedes Mal, weil wir einfach direkt am Anfang unsere Base verlieren Hey, das Base war diesmal zugebaut bis zur Max Ja Ja Gleich Endzone, ne? Ja Hm Ich würd sagen, ich glaub ich unterbreche mal die Aufnahme, wir sind in der nächsten Runde Wie sind wir? Blau? Ja Äh, ja Doch Wir sind blau Pass auf, du musst verstehen Als, hier, Christian bei mir gepennt hatte Wir schön am Mittagsessen auf einmal, ja Deutsch kannst du mir mal die Soße geben Meine Mutter guckt den an, mein Vater guckt den an, ich guck den an Was? Du hast mich schon wieder Deutsch genannt Ich weiß noch, beim Christian beim Essen, sein Vater macht 1000 Steaks ungefähr Oh, und die schmecken scheißegal Ey Christian, guck mal wie weit ich bin Fuck Bist du runtergefallen? Ja Nein Nein Ich war beim Ende, bin hinten runtergefallen Und Leute, diese Fels sind jetzt auch schon auf Youtube Ok Ich mach erst mal Steine und bau das Ich hab sehr viele also Ich hab zehn Blöcke, wo muss ich jetzt mal das Bett zu baue, ich hab schon die Chance voll wieder Ich bau gleich mal ne Treppe hin Leute, Bett hat, glaub ich, erstmal die höchste Priorität. Jetzt bau doch erstmal deinen Weg hoch, damit wir da hinkommen. Alter, hier ist doch ein Weg. Bin ich blind? Oder dumm? Oder beides? Alle drei. Warte, da hinten. Hä? Bin ich getartet? Alter, Leute, da... Also, das bist du. Wir sind bei Meisen. Ich brauch neue Blöcke. Hier, sitzen. Wow. Come on, come on, hier einfach rüber. Sind schon welche in der Mitte? Hier, hier, hier. Bin jetzt dumm? Nein, es ist eben noch keiner in der Mitte. Doch. Leute, ich meinst doch hier schon wieder Steine hin, ne? Achtung, Manuel. Hinter dir. Nicht weiter bauen. Jetzt, jetzt, hopp, hopp, hopp. Ich mach auch Schussung. Achtung, nein, Manuel, zurück, zurück, zurück. Alter, ich komm wieder voll fett vor wie ein Supporter, ne? Ja. Hat der wahrscheinlich ne Stick? Nein! Ich bin runtergefallen. Achtung, die kommen wahrscheinlich gleich in unsere Base. Da, da, da. Na? Nein, kommen sie nicht. Na? Ich glaub, ich hab den Eisenweg hier grad scheiße gebaut. Ja. Nein, den, den hab ich noch beschissener gebaut. Gib mir mal Eisen, gib mal Eisen, ich geh. Mach schwer dann so'n Schritt. Ja. Ich, ich verteidige hier so lange ohne alles. Oh, ich spring runter. Die dürfen einfach nur nicht, wie in alle Runden davor, in unsere Base kommen. Ausnahmsweise mal. Ach, das schaffen wir. Du chillst mit deiner Base, oder? Ja, ja, so wie immer. Ich lass über das euch die Action. Ey, Pannung, Pannung, Pannung. Das Problem ist, ich seh dich nicht, ne? Ja, zum Glück nimmst du nicht auf. Ich seh euch ja zum Glück. Ja, das ist so gut. Ich, ich seh wie einfach der Server. Ja, das ist alles der Server, nicht dein Internet. Ach. Oder mein, 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 ja, mein, 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 mein PC ist awesome. Wollen wir mal nur, Mitte? Eben, Christian, ich hab so viel unnötige Sachen dabei. Ich hab euch beiden noch nen Stock gemacht, ne? Die haben ein Schwerter. Ist mir doch scheißegal. Die haben so viel Bronze. Ich hab's das Alte hier liegen lassen, ne? Oh, Gott. Die haben Bogen. Weg. Zurück. Es wird wieder eine Bunkerrunde. Ja. Ich bin schon mal aufbauen. Ich bin in der Mitte. Echt? Ja. Ja. Boah, ich wollte dich schon grad runterkicken. Ja. Das Problem ist, ich seh dich nicht. Ich hab nur den Gelben da drüben am Hafen. Das ist mein Problem. Christian hat er Mangel? Äh, helf mir, helf mir, helf mir. Bin down. Ich würd sagen, wir machen jetzt erstmal wieder in den Eingang zu. Schön mit Spinnweben. Das Problem ist, wir in dieser Runde kein Bogen. Oh, ich bin ein Gott in Minecraft. Ah, ne. Nein. Überhaupt nicht. Nehmt immer jeder nur 4er-Stacks, okay? Äh, warte mal. Es ist Eisen in der Kiste. Ich hab noch ein paar Stacks dazu getan, ne? Ja, versuch's aber immer an 4er-Stacks anzuteilen. Ja, ja. Äh, Gott. Einer von den Broten macht schon wieder die behinderte Taktik. Ernsthaft? Wir könnten uns eigentlich auch nur auf die Wolken bauen, da. Banu, bleib zurück, bleib zurück. Ich mag sie nicht, hier ist es dunkel. Okay. Lass sie kommen. Na, ich geh in die Base. Ich hab Vertrauen in seine Bunkerskills. Ja, du hättest das jetzt mal gesehen. Was denn? Ich hab da ein Bild auf Facebook gepostet noch. Das war, das war keine Base mehr, das war eine Burg. Na toll, die schießen auf uns. So. Ja, und verkackt uns. Ich mach mal ganz viele Blöcke. Jetzt, dann werden sie, ich wüsste nachher, wenn wir das Bild auf Facebook schicken. Du hast auf Facebook, oder? Ich ja. Ja, der ist da auf Facebook. Ja, was weiß ich. Du hast auch auf Facebook und dann bist du nie auf Facebook. Ja. Aber ich bin immer auf Facebook. Lauter. Vorsicht. Also gelb hat die Mitte geohnt. Definitiv. Wenn wir Bogen hätten. Wenn wir einfach nicht Bogen hätten. Wir müssen, äh, guck mal was die da machen. von der Seite. Ah, ja, das war sehr schlau. Du wirst nicht zu hart zubauen. Das ist, das ist... Glaub mir, vertrau mir. Müssen wir. Ich bau mal hier jetzt krass korrekte Decke, äh, eine Treppe, ok? Ja, grün. Grün will sich zu uns rüber aufbauen. Hab ich schon gesagt. Äh, wir könnten jetzt gelb... Nein, du musst einfach nur die Mitte bekommen. Dann haben wir schon raus und wenn wir die Mitte nicht haben, dann... Äh, ein Tipp. Wenn du Kisten machst, gehen sie so gut wie gar nicht abzubauen. M, hilfst du mir? Ja. Ich mach hier mal einen undurchdringlichen Mantel. Wir machen hier krass Action. Achtung, grün baut sich zu uns rüber, ne? Ja, ich, ich bin doch schon hier. Jetzt gehen sie weg. Christian, geh in die Mitte. Ja, da ist aber einer. Da sind zwei mit dem Bogen. Hab ich keine Chance. Drei. Äh, toll. Jetzt werden wir hier auf der Base schon abgeschossen. Äh, toll. Ich baue hier mal so einen Schutzwall davor. Also jetzt werden wir uns an die Aspekt hier noch einmal kaputt machen. Dann werde ich mich in einer Aufnahmesession wirklich nur noch Bückstück mit Doodle-Sack nennen. Ein Kumpel von mir hat sein Haupt-Pokemon, äh, Bückstück, Bückstück, genau. Alter, was ist das? Bückstück? Ne, Bückstück. 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 Alter, das liegt so auf. Können die auch an uns abzuschießen? Jetzt weißt du wie, jetzt, jetzt weißt du wie es sich fühlen, wenn du immer schießt. Ha? Äh, passt das kurz auf? Achtung, grün, grün ist gleich down. Grün ist gleich down. Die bauen sich zu uns hoch. Das ist so, ach. Grün, grün, grün. Ich gön mir mal zwei Eiken. Achtung, gleich sind sie, gleich sind sie unten, ne? Weil Gelb schon bei denen in der Base ist. Alter, ist hier... Wieso machst du hier noch ne Treppe? Wir haben hier doch ne Treppe. Und Werner macht das auch einfacher über ne Leiter. Bei uns haben wir genug. Oh man, hätten wir einen Bogen. Einer ist in der Mitte und will mich abschießen. Wollt ihr den Capturen? Ah, sehr schön, wir sind nicht die Ersten. Ja, Leute, wir sind nicht die Ersten. Das ist schon noch irgendwie traurig, dass wir so fröhlich darüber sind. Ja, Achtung, Achtung, jetzt werden die gleich auch noch da oben runter geschossen. Passt auf. Ist doch gut. Nee, jetzt bauen sich zwei Spasten da hoch. Ja, das sind die letzten zwei von Team Grün, ne? Ja, die werden jetzt zwei haben. Seriously, ne? Als ob sie das können. Boah, hast du mich schon erschrocken, ich dachte, da wäre einer. Der Erste ist tot. Nice. Hast du ihn runter geschossen? Nö, der hat Fallschaden bekommen. Team Rot wird gleich attackiert. Äh, Team Gelb. Von Team Gelb. Der eine baut sich wieder ab und baut sich wieder hoch. Ja, der muss nachrücken. Die sind so doof, Leitern zu machen. Ja, ich mach auch keine Leute dran. Unsere Base ist voll verkrüppelt aus. Boah, weißt du was, ich hab die awesome Idee des Tages. Du bringst dich selber um. Nein, du bist bescheuert. Ich weiß, wie ich das Bett noch krasser sichern kann. Mit Kisten. Nein. Nein, ich darf da zwischendurch nochmal Spinnenweben machen. Das ist asozial. Ähm, Achtung Manuel. Die wollen auf dich schießen. Ja, ich hab von dem anderen nachgekloppt, weil ich ohne Skilled. Oh, der ist tot. Team, äh, grünes Daumen. Wer, wer? Kommt da gerade Damage? Der unsrichtbare Dusch. Jo. Christian Eisen, sofort. Ich hab 38 Stück. Leute, ich kann grad alles anbrauchen, was wir haben, ne? Oh, ich hab grad ordentlich viel. Ja, ich hab's mitbekommen. Aber... Ich mach Eisen, ich mach Eisen. Ich hab dir Eisen gegeben. Eisen ist auch noch mal deine Truhe. Rein, 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 rein. Achtung, Bogen. Oh Manuel. Kommen die bei uns rein, oder? Nee. Wir haben auf Manuel geschossen, der das ganze Eisen hatte. Drei Eisen haben wir noch. Ich bin grad mal wieder am snacken. Drei Eisen. Drei Eisen. Drei Eisen. Aber ich glaub, das wird ja eben... Jo, ich hab drei Eisen gesaved. Ey Leute, wir müssen aufhören, ich hab die Aufnahme halt nicht angefangen. Ja und? Das ist ein Witz. Könnt ihr mal einen sicheren Weg hier zum Eisen spawner bauen? Kann... Wir brauchen unbedingt unbedingt den... Kannst du Waffen machen? Gib mir mal bitte ein paar... Deine. Ich will den Weg sicher machen. Danke. Alter. Das mit dem Spinnenweben, wenn die dann mal ran kommen. Ich nenne mich wirklich eine Aufnahmezeichen lang. Wirklich nur noch... Ähm... Bückstück mit Grudel. Sagst du saugt? Äh... Nein. Okay, jetzt spreche ich jetzt nicht zu Ende. Das hatte dafür. Ich bin sehr, 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 sehr intelligenter Mensch. Bist du denn wieder tot? Ja. Nein, ich hab mich grad selber zugebaut. Wie ist der Genius man of the world? Die Juschte. So, wie macht man das jetzt? Wie, ich sag mal mal, einfach at all, und dann an alle schreiben. Achtung, gleiches Rot-Down. Wir können Geld... Wir können Geld captern. Wollen wir's? Nein, wir brauchen einfach nur Gold. Einfach nur Gold. Und wir müssen diese hässliche Luftbrücke hier wegmachen. Und wir müssen diesen Tisch hier mal nicht schöner bauen. Die Welt muss schöner werden. Achtung, Arno, weg, weg. Es fließt ein auf dich. Ja, ich hab eh nur kein Material von denen her. Sind noch Stats für die Gegner. Äh, Glöcke. Warte. Machst du mal Waffen dann und so? Ach so, Team Gelb ist, äh, Team Rot ist gleich down. Kannst du in die Mitte und was holen? Wir haben drei Goldschwerter. Äh, Goldschwerter. Einer hat auch noch eine komplette Lederrüssung, ne? So. Ich schwör mir mich jetzt hier jemand drunter schießen. Achtung, Manuel, Manuel. Weg, weg. Boop. Er schießt einer auf dich. Er schießt immer noch auf dich. Ich, ich check's nicht. Ich renne jetzt so lange darüber, bis dieser Weg fertig gebaut ist. Ey, Christian, du musst gleich mal oben auf das Bett schauen. Wenn da wirklich noch einer durchkommt, dann fress ich den Besen. Ähm, mit dem Schwert kann man Spinnenweben schnell abbauen. Jaja, das ist mir schon bewusst, aber so viel wieder sind das. Der braucht einen Moment. Und wenn du innen drin bist. Ja, Team Rot ist kurz vor dem Krepieren. Nice. Christian, bitte. Wir brauchen immer den Gold. Wenn du da reinbrennen willst, tu's. Christian, ich hab den Weg zum Eisen gesichert. Team Rot wurde vernichtet. Leute, wir sind allein gegen Team über-equipped. Christian, komm sofort in die Base. Nimm alles mit und equipt. Die kommen. Die kommen. Die kommen. Oh, shit. Oh, shit. Christian, sofort zurück. Komm mal. Okay, ich hab da noch was mit Idee. Noch einer. Machst du's, Manuel? Komm rein. Manuel, komm rein. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Einer ist runtergefallen. Einer von Team Gelb ist runtergefallen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Wir haben Chancen. Wir haben Eisenbrustpflanze. Einer von Eisenbrustpflanze. Einer von Eisenbrustpflanze. Christian, ich hab den gelb auf den Brustpflanze hinweg. Wieso werde ich gewonnen hätte? Kann mir das irgendwer erklären? Wir haben zwei auf dem Brustpflanze. Er pisst euch im Festgeboten. Er pisst euch im Festgeboten. Alter, von wo? Alter, das ist echt krass ein Damage. Da oben ist einer und der wird uns gleich killen. Echt? Der ist jetzt in unserem Bett. Also unser Bett ist down. Ja. Fuck. Leute? Ja, Mann, wie können wir schon wieder eine Runde verlieren? Das ist doch unglaublich. Alter, okay. Eine Aufnahme lang. Fuck. Alter. Diese Map ist richtig gay. What the fuck? Wie haben die das geschafft? Weil die haben gecampt. Wir hatten null Gold. Wir müssen irgendeine Map spielen, wo wir Gold bekommen. Weil du kannst es ja voll vergessen. Alter. Auf jeden Fall weiß ich nicht, dass ich diese Aufnahme aufhören werde. Ich glaube, das war erstmal genug für die Folge. Okay. Bullshit hochladen. Ich schlade das hoch. Jetzt sei im Ernst. Die Spender hat da kein Speicherplatz. Suchst du nicht. Verlösche es. Nein. Alter. Ich pausche momentan so wenig Videos draus wegen Abi. Da will ich wenigstens nochmal sowas raushauen. Und das sind jetzt die Schlussworte. Und deswegen. Tschüss. Ihr wisst was also in der nächsten Aufnahme Session. Tschüss.